Hallo liebe Freunde der Tourenbotschafter, heute hier als Trost-Fondin. Wir haben heute die vierte Etappe vor uns mit gemütlichen 80 Kilometer bei 32 Grad. Ganz wichtiger Part unserer Tour sind die Dauersponsoren, die wir heute ehren wollen. Wir beginnen mit Franck. Ja, wir als Tourenbotschafter bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Brinkhof Logistik und bei Günthers Garage, bei Stefan und Günther. Ohne eure Unterstützung, die wir ganz schön alt aussehen. Ja, und wir bedanken uns auch bei der Firma HR-Tech aus Germersheim und die Firma Frank Vollmer Schreinerei aus Luststadt. Danke. So, als nächstes würde ich die Firma Sinn und die Firma Sunset nennen. Vielen lieben Dank an euch. Ja, dann geht es weiter mit der Firma Convo aus Kuhhardt, mit unserem Christian Schwab. Und dann haben wir noch Rudis Vehicleshop, der unsere Fahrräder zusammen gebaut hat. Und es war auch ganz toll, super Rudi. Also bedanken möchten wir uns auch noch bei Cycle-Tech mit dem Saugbagger und bei der Veranstaltungsgesellschaft von Landau und Südlicher Weinstraße für eure Unterstützung. So, ein ganz großes Dankeschön geht an die Gärtner vom Weyerhof und insbesondere natürlich an die Puma, ist nämlich ein klasse Begleitfahrer, und unsere Mama, der uns komplett gut versorgt hat. Herzlichen Dank. Ja, kurz Applaus, aber da war herzlich. Und dann treten wir nochmal kurz aus, würde ich sagen, nochmal auf die Toilette, und dann steigen wir auf die Sättel und dann reiten wir nach Nancy. Au revoir. Wir lieben euch alle. Tschüss.